Erst wieder halbe Parade. Sie wartet schon. Noch nicht. Noch nicht. Und jetzt. Gut. Jetzt muss ich selber sensibel sein und aufmerksam, dass ich ganz wenig Hilfe gebe. Ganz feine Hilfen. Und wieder abwenden. Und wenden. Und Schritt. Und komm. Fleißigen Mittelschritt. So. Und jetzt mache ich mal aus der Ecke kehrt. Erst mal ein bisschen abgerundet. So. Jetzt guckst du zu den Cavaletti. Das machen wir jetzt noch einmal. Dass das hier auch schön rund und nicht so eckig ist. Genau. Keine Cavaletti. Dahin. Und jetzt auf der freien Linie. Schön den linken Bügel austreten, dass meine Gewichtshilfe links ist. Ich helfe mit der Gerte außen, den äußeren Schenkel zu unterstützen. Recht stellen. Warte, warte, warte nicht. Den rechten Bügel austreten. Und jetzt kommt der äußere, innere, äußere, innere, äußere, innere, äußere, innerer, äußere, innerer und brav.